Herzlich willkommen zur Biologie. Das sind unsere Themen. Bei den Eukaryoten dominiert die sexuelle Form der Fortpflanzung. Lebenszyklen erklären, welche Schritte notwendig sind, um von einem Stadium in der älteren Generation zum genau gleichen Stadium in der Folgegeneration zu kommen. Ein wichtiger Aspekt im Lebenszyklus mit sexueller Vermehrung, das ist die Maiose. Die Maiose ist eine besondere Form der Zellteilung. Sie erzeugt die Keimzellen, die auch Gameten genannt werden. Die Gameten oder Keimzellen, das sind die Eizellen und Spermien. Sie führen durch eine Verschmelzung zur Zygote, der befruchteten Eizelle, und daraus entwickelt sich dann der Organismus der Folgegeneration. Wir starten mit den Lebenszyklen. Wir betrachten als ersten Lebenszyklus den Lebenszyklus der Tiere. Mit dem sind wir relativ gut vertraut. Wir werden jetzt drei verschiedene Abbildungen in der Folge sehen, die alle farblich recht ähnlich ausschauen. Wir haben jeweils in blau auf der linken Seite haploide Stadien. Die haploiden Stadien enthalten Organismen oder in dem Falle Zellen mit nur einem einzigen Chromosomensatz. Deshalb haploid. Und auf der rechten Seite in grün gehalten haben wir diploide Stadien, diploide Zellen oder diploide ganze Organismen, bei denen jeweils zwei Chromosomensätze pro Zelle, pro Zellkern vorhanden sind. Die Übergänge zwischen haploid und diploid haben wir mit gelben Pfeilen markiert. Der eine Übergang, das ist die Befruchtung. Das würde hier bedeuten die Verschmelzung von Spermien und Eizellen. Und der zweite Übergang, das wird dann auch später noch das Thema sein, die Maiose, diese besondere Form der Zellteilung, welche eben zu den Gameten, den Spermien und Eizellen führt. Was wir hier sehen, das ist der Lebenszyklus der Tiere in genereller Form, dargestellt am Beispiel einer Schildkröte. Wir können da aber uns auch den Menschen oder ein Zebra oder einen Elefanten denken. Das würde auf genau dasselbe herauslaufen. Das Leben beginnt in dem Falle von einem Individuum, in dem hier die Zygote, das wäre die befruchtete Eizelle, die ist bereits diploid, 2N, durch vegetative Zellteilungen, durch Mythosen, einen vielzelligen Körper aufbaut. Die Zellen, die jetzt in diesem Körper drin sind oder diesen Körper ausmachen, die sind alle genetisch identisch. Wenn man Mythosen ablaufen lässt, dann bekommt man Zellklone. Die Zellklone sind genetisch genau gleich konstituiert wie die Mutterzelle, aus denen sie hervorgegangen sind. Wenn man das mehrere Male hintereinander macht, bekommt man zum Schluss dann ganz viele Zellen und die sind alle genetisch genau gleich oder eben genetisch identisch. Es sind Klone. Diese Zellen können sich dann spezialisieren. Man nennt das in der Biologie auch differenzieren. Das bedeutet, sie übernehmen ganz bestimmte Funktionen, geben andere Funktionen dafür auf. Muskelzellen in unserem Körper drin, die sind gut dabei, sich zu bewegen, Bewegung zu erzeugen, mechanische Energie hervorzubringen. Nervenzellen können Nervenimpulse erzeugen und weiterleiten. Aber das sind natürlich spezialisierte Leistungen, die diese Zellen erbringen für den gesamten Organismus. Beim Menschen haben wir etwa 200 verschiedene Zelltypen, Muskelzellen, Nervenzellen, Blutzellen, Knochenzellen usw. usf. Wenn der Organismus sich dann entwickelt hat, das adulte Stadium erreicht, also erwachsen geworden ist. Adult bedeutet in der Biologie, er ist fortpflanzungsfähig geworden. Wir haben eingangs schon angedeutet, die Fortpflanzung bei den Eukaryoten ist dominiert durch die sexuelle Vermehrung. Das hat den ganz, ganz grossen Vorteil, dass mit jeder Generation eine Durchmischung des Genpools stattfindet. Auf diese Art und Weise entstehen Individuen, die sich ganz leicht voneinander unterscheiden. Und falls sich die Umweltbedingungen ändern, dann werden höchstwahrscheinlich manche dieser Individuen etwas besser an die neuen Umweltbedingungen angepasst sein, andere dafür etwas weniger. Die weniger Guten, die werden zurückgedrängt, die werden weniger Nachkommen haben. Die besser Angepassten, die werden dann den Genpool weiterführen und durch bevorzugte Vermehrung mehr Nachkommen hervorbringen, weil sie eben gut angepasst sind, können sie mehr Nachkommen erzeugen. In der Folge davon kann die Art dann längerfristig auch bei einer sich ändernden Umwelt Bestand haben. Wichtig bei der sexuellen Vermehrung ist die Maiose. In unserem Fall sehen wir, die ist da an einem Ort im Schema drin, wo wir einen Übergang haben von Diploid, zwei Chromosomensätzen pro Zelle zu Haploid, nur noch ein Chromosomensatz pro Zelle. Und die Maiose macht unter anderem diese Reduktion von Diploid zu Haploid. Das Gegenstück wäre dann die Befruchtung. Da kommen zwei Chromosomensätze zusammen. Das Produkt der Maiose in dem Falle hier, das wären die Eizellen und die Spermien. Die Eizellen, die weiblichen Keimzellen und die Spermien, die männlichen. Auch wenn das jetzt naheliegend erscheinen mag, ich muss es trotzdem erwähnen, weil bei den folgenden Lebenszyklen das dann zum Teil anders sein wird. Diese haploiden Zellen hier, diese Gameten oder Keimzellen, die können weiter nichts tun, als miteinander verschmelzen und dann zu einer Zygote zu werden. Das ist naheliegend. Wir werden dann sehen, bei anderen Lebenszyklen haben wir haploide Stadien, welche durchaus durch Mythosen ein vielzelliges Stadium hervorbringen können. Bei den Tieren jedoch haben wir das nicht. Wir haben lediglich im grünen diploiden Stadium ein vielzelliges Individuum, das sich selbst vermehren kann. Im blauen Bereich, haploid, haben wir kein vielzelliges Stadium, das sich seinerseits vermehren könnte. Da haben wir lediglich die Gameten und die machen miteinander die Befruchtung. Da geht es dann also wieder zurück in den grünen diploiden Teil des Zykluses. Bei dieser Organisationsform von einem Lebenszyklus haben wir also ein dominierendes Stadium hier auf der diploiden Seite, auf der grünen rechten Seite. Das ist vielzellig. Das ist das, was wir als Tierkörper kennen. Und dieser Tierkörper, das ist dann das Individuum, das sich fortpflanzen kann, das also durch Maiose dann die Gameten hervorbringt. Wenn wir eine solche Organisationsform von einem Lebenszyklus haben, dann nennt man das auch einen diplo-homophasischen Lebenszyklus. Diplo bezieht sich da auf das diploide Stadium und homophasisch bedeutet, dass wir lediglich ein Stadium haben, das sich vermehren kann. Deshalb homophasisch, homo würde hier in dem Fall also heissen, nur ein Stadium vermehrt sich. Das ist das, was wir da oben schon hingeschrieben haben. Es ist eben das diploide Stadium und daher ist das, was wir von den Tieren oder von uns Menschen her kennen, das wäre ein diplo-homophasischer Lebenszyklus. Wir würden auf den ersten Blick denken, ja, das ist eine sinnvolle Form, wie man die Fortpflanzung organisieren kann. Und vielleicht kämen wir gar nicht auf die Idee, dass es da noch weitere Möglichkeiten gibt. Tatsächlich gibt es aber zwei weitere Möglichkeiten, wie man die sexuelle Vermehrung auf eine andere Art in den Lebenszyklus integrieren kann. In diesem Schema haben wir die gleiche Aufteilung von haploid und diploid. Haploid ist wieder links, blau und diploid grün auf der rechten Seite. Ebenfalls genau gleich an denselben Positionen sind die gelben Pfeile, die Befruchtung. Die Pfeile zeigen auch in dieselbe Richtung wie beim Schema vorhin. Die Befruchtung oben macht da den Wechsel von links nach rechts und die Maiose, die sitzt unten, die macht den Wechsel von grün-diploid nach blau-haploid links. Wir beginnen die Überlegungen wiederum mit der Zygote. Wir beginnen also am selben Ort wie beim letzten Zyklus. Wir sehen da auf der grünen Seite rechts, diploid ist sehr wenig aufgeführt. Das Einzige, was im Lebenszyklus hier zwei Chromosomensätze pro Zelle besitzt, diploid ist, das ist die befruchtete Eizelle. Eine einzige Zelle ist diploid in diesem Kreislauf drin. Das funktioniert genetisch sehr gut. Wir haben, wenn wir da einen Schritt zurückgehen, die Befruchtung. Die Befruchtung geschieht durch das Verschmelzen von vielleicht hier weiblichen Gameten und wenn das die Eizellen sind, die da von unten erzeugt wurden, wir schauen uns das gleich noch an, dann müssten da von extern, deshalb der Pfeil von links oben, das müssten dann die Spermien sein, das wären also die männlichen Gameten. Eizellen und Spermien sind natürlich haploid. Die haben je nur einen Chromosomensatz, den sie beisteuern können. Die verschmelzen jetzt dieses Exemplar hier zum Beispiel mit dem. Dann bekommen wir die befruchtete Eizelle, die Zygote. Bei den Tieren würde daraus jetzt der Embryo hervorgehen und dann beim Schlüpfen oder bei der Geburt im weiteren Verlauf auch das erwachsene Tier entstehen, die adulte Form. Bei diesen Organismen, die wir hier anschauen, manche Pilze sind so organisiert, die beschränken das Diploide-Stadium auf die Zygote und lassen kaum ist die Zygote entstanden durch die Befruchtung, lassen die Zygote auch gleich wieder eine Meiose durchlaufen, wechseln also von Diploid, zwei Chromosomensätzen pro Zelle, zurück in den Zustand Haploid. Jetzt haben die Zellen wieder nur einen einzigen Chromosomensatz pro Zelle. Bei den Tieren sind an der Stelle dann die Gameten, die Eizellen und Spermien gewesen in der Abbildung vorhin. Beim Zyklus, den wir uns hier anschauen, entstehen durch die Meiose zwar ebenfalls Zellen, die haploid sind, aber die Zellen, die dann stehen, das sind keine Gameten, das sind keine Eizellen, keine Spermien. Man nennt sie in dem Falle Majosporen. Das Besondere ist, dass die Majosporen, anders als die Eizelle und das Spermium bei den Tieren, die verschmelzen, nicht miteinander, die fusionieren nicht, sondern bilden durch Mythosen, also durch diese vegetativen Formen der Zellteilung, einen vielzelligen Organismus. Man kann eine haploide Zelle, das funktioniert genetisch, durch eine Mythose hindurchschicken, dann ist das Produkt, das aus dieser haploiden Zelle entsteht, einfach zwei identische Kopien. Wir kriegen wieder zwei Klone. Und wenn wir das mit dieser Zelle hier tun, dann sind natürlich die beiden Klone, die daraus resultieren, aus dieser Mythose, ebenfalls immer noch haploid. Und das kann man mehrere Male hintereinander tun. Wenn man die Zellen miteinander verbunden lässt, dann bekommt man einen vielzelligen Organismus und das kann zum Beispiel ein Pilz sein. Das hier wäre ein Mycel, dieses Zellgeflecht, das wir vielleicht von Schimmelpilzen aus dem Haushalt kennen. Wenn wir vergleichen mit dem Zyklus von vorhin, weil hier hatten wir das vielzellige Stadium auf der rechten Seite, Diploid, da war die Schildkröte an der Position. Bei diesem Zyklus jetzt haben wir das vielzellige Stadium im blauen Bereich auf der haploiden Seite. Genetisch funktioniert das. Es gibt keinen zwingenden Grund, weshalb man wie die Tiere das diploide Stadium vielzellig machen muss. Die Pilze zeigen uns, man kann das auch mit dem haploiden Stadium tun. Der Organismus hat jetzt also einen vielzelligen Körper aufgebaut. Wenn er das adulte Stadium, also das erwachsene Stadium erreicht hat, fortpflanzungsfähig wird, dann wird dieses Lebewesen ebenfalls Gameten erzeugen. Weil der Organismus bereits haploid ist, können die Gameten nur durch Mythosen gebildet werden. Mythosen erzeugen genetisch identische Zellen, Klone. Alle Eizellen und alle Spermien sind dann also genetisch gleich. Die unterscheiden sich nicht. Wenn man das aber kombiniert mit Gameten und einem anderen Individuum, deshalb ist da der Pfeil von oben kommend, hier haben wir trotzdem eine Durchmischung des Genpools. Wenn ein Individuum die eine Hälfte beisteuert, hier zum Beispiel die Eizellen und das zweite Individuum, hier die Spermien, dann werden da zwei unterschiedliche Keimzellen zusammenkommen und man bekommt dann hier eine Zygote, die genetisch zwei verschiedene oder leicht unterschiedliche Chromosomensätze kombiniert. Wiederum haben wir nur ein einziges Stadium, das sich vermehren kann. Beim Tier war es hier auf der rechten Seite, das Diploide. Jetzt in diesem Zyklus drin befindet sich das vielzellige vermehrungsfähige Stadium auf der linken Seite im haploiden Bereich drin. Und wenn wir dann der Legende unten schauen, heisst deshalb dieser Lebenszyklus, also diese Form eines Zykluses, haplohomophasischer Lebenszyklus. Haplo bezieht sich hier wiederum auf die blaue haploide Seite. Nur auf der blauen Seite, haploid, haben wir ein Stadium, das sich vermehren kann. Das haben wir da oben schon hingeschrieben. homophasisch meint wiederum, dass es eben auf der gegenüberliegenden Seite im grünen Diploiden-Bereich kein vielzelliges Stadium gibt, das sich vermehren würde. Beim dritten Lebenszyklus, den wir kennenlernen wollen, haben wir wiederum, wenn wir die Farbverteilung haploid-diploid betrachten, genau die gleiche Situation wie bisher. Links blau haploid, rechts grün diploid. Die Pfeile gehen in dieselbe Richtung und wiederum gelb, Befruchtung sitzt oben und die Meiose, die Halbierung des Chromosomensatzes, sitzt da auf der unteren Seite. Was jetzt bei dieser dritten Form eines Lebenszykluses hinzukommt, er wirkt auf den ersten Blick komplizierter. Das ist er auch. Und zwar haben wir auf beiden Seiten, sowohl beim Diploiden-Stadium als auch beim Haploiden-Stadium, jeweils einen vielzelligen Organismus, ein vielzelliges Stadium, das sich fortpflanzt. Wir beginnen wieder mit der Zygote, so wie bei den anderen beiden Lebenszyklen auch. Das ist die befruchtete Eizelle. Die entsteht natürlich aus der Verschmelzung von Gameten, von Eizelle und Spermium. Der gelbe Pfeil hier macht uns die Zygote. Durch Mitosen bekommen wir zahlreiche genetisch identische Zellen. Die lösen sich nicht voneinander ab, die bleiben aneinander kleben. Und jetzt kriegen wir da einen vielzelligen Organismus. Das ist so wie vorhin bei den Tieren auch. Da war er an dieser Stelle dann die Schildkröte gewesen. Wenn der Organismus genügend gross geworden ist, wenn er also das adulte Stadium erreicht hat, fortpflanzungsfähig wird, dann macht er die Meiose, halbiert den Chromosomensatz. Wir gehen von 2N grün hier zu blau. 1N haploid. Und genauso wie beim zweiten Lebenszyklus, den wir angeschaut haben, die resultierenden haploiden Zellen, das sind jetzt keine Eizellen oder Spermien, sondern die machen wiederum genauso wie beim Fall 2 vorhin durch Mitosen einen vielzelligen Organismus. An der Stelle wäre hier der Pilz gewesen. Wir haben jetzt einen Vielzeller, wiederum ein adultes, erwachsenes Stadium. Das macht, wenn es genügend Nährstoffe aufgenommen hat, danach die Fortpflanzung. Weil es haploid ist, erzeugt es die Gameten, Eizellen und Spermien durch Mitosen. Man kann Haploid nicht nochmals halbieren, sonst würde man 0,5N kriegen, also nur einen halben Chromosomensatz. Das würde nicht gehen. Deshalb hier Mitosen, der zu den Gameten führt. Die sind wiederum alle genetisch identisch mit dem vielzelligen Organismus hier. Weil wir Mitosen haben, Mitosen erzeugen im Klone. Wiederum können wir sagen, vielleicht sind die gebildeten Gameten hier weiblich. Das wären die Eizellen. Dann brauchen wir für die Befruchtung von extern kommend an der Stelle Spermien, also männliche Gameten. Wir haben sowohl im haploiden als auch im diploiden Zustand des Zykluses hier jeweils ein vielzelliges Stadium. Diese vielzelligen Stadien, die machen jeweils einen Vermehrungsschritt. Weil haploid und diploid vielzellig sind und sich vermehren, nennt man das einen heterophasischen Lebenszyklus. Hetero bedeutet so viel wie verschieden. Verschieden meint jetzt hier in diesem Falle, wir haben zwei verschiedene Ploidi-Grade, haploid und diploid und beide Phasen hier machen jeweils im vielzelligen Stadium eine Vermehrung, daher heterophasisch. Wir wollen das Wissen anwenden und gehen dazu auf Seite 7. Da haben wir Frage 2. Ihr habt zwei verschiedene Lebenszyklen dargestellt. Schaut euch die mal an. Eure Aufgabe ist es zu beurteilen, kann das stimmen, was da angegeben ist. Falls ja, kann man einen Haken daneben setzen. Falls nein, nehmt geeignete Korrekturen. vor, es hilft, wenn ihr einzeichnet, wo haploid und diploid Stadien sind, damit kann man sich dann etwas besser orientieren. Wir beginnen mit der Art B. Die ist etwas einfacher. Wie lautet euer Urteil zu dem Lebenszyklus der Art B? Perfekt. Du hast es sehr gut erkannt. Art B, dieser Zyklus, der stimmt, der ist in Ordnung. Ich mache wiederum haploid blau und diploid grün. Wir können dem Zyklus auch einen Namen geben. Das ist ein diplo-homophasischer Lebenszyklus. Ist also vergleichbar mit dem Lebenszyklus eines Tieres. das könnte ein Tier sein. Wir haben ein diploides Stadium, vielzellig, und im haploiden Stadium, blau, haben wir lediglich die Gameten, typisch für Tiere. Mich würde interessieren, wie eure Meinung zum Zyklus der Art A lautet. Da hat es Dinge drin, die nicht ganz funktionieren. Genau, hier ist eine Mythose, das funktioniert nicht. An der Stelle brauchen wir eine Mejose. Das hast du sehr gut erkannt. Das ist der eine Fehler in diesem Zyklus. Es hat noch einen zweiten. Das ist richtig. Wir können ein haploides Stadium nicht durch eine Mejose hindurch schicken, sonst würden wir von 1N zu 0,5N kommen. Da darf keine Mejose sein, da muss eine Mythose hin. Art A wäre ein heterophasischer Lebenszyklus. Wir haben ein vielzelliges haploides Stadium und ein vielzelliges diploides. Das ist exklusiv, das gibt es nur beim heterophasischen Lebenszyklus. Wir haben die Mejose in den Lebenszyklen jeweils hier unten gehabt. Diese besondere Form der Zellteilung wollen wir heute noch ansprechen. Wir werden das Thema nicht abschliessen können. In einer Woche werden wir den Zellteilungsprozess kennenlernen. Heute reicht die Zeit aber noch, damit wir uns ein paar Gedanken machen können, was denn eigentlich die Ziele der Mejose sind. Eines der zwei Ziele der Mejose ist die Reduktion des Chromosomensatzes von Diploid zu Haploid. Das ist das eine Ziel. Das zweite Ziel der Mejose ist mindestens so wichtig, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Das ist die Durchmischung der Chromosomensätze. Durch die Durchmischung der Chromosomensätze entsteht mit jeder folgenden Generation genetische Vielfalt. Die Folgegeneration ist genetisch nicht identisch mit der älteren Generation. Diese Vielfalt ermöglicht es einer Art längerfristig bei sich verändernden Umweltbedingungen besser anpassen zu können. Das ist der Grund, weshalb die sexuelle Vermehrung evolutiv gesehen so ein Erfolgsmodell ist, weil dadurch genetische Vielfalt entsteht. Es mit jeder Generation zu einer Durchmischung kommt. Diese Durchmischung ist dermassen wichtig, dass in der Mejose gleich zwei unterschiedliche Strategien angewendet werden. Die beiden Strategien klingen sehr ähnlich. Die eine ist die intrakromosomale Rekombination. Da werden die Chromosomen umgebaut. Sie tauschen Stücke untereinander aus. Die zweite Form der Durchmischung oder Rekombination wäre die interchromosomale Rekombination. Der Unterschied ist hier diese Silbe intra und interchromosomale Rekombination. Was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich kennenlernen. Die Ziele der Mejose Reduktion von Diploid zu Haploid. Das zweite Ziel, das dann über zwei Ansätze erreicht wird, das ist die Rekombination einerseits der Umbau der Chromosomen intrakromosomale Rekombination und die zufällige Verteilung, die hier den Namen interchromosomale Rekombination gekriegt hat. Wir beginnen mit hier dem ersten Ziel. Wir beginnen die Überlegungen mit einer Zelle in in der Interphase. In dem Zustand besteht jedes Chromosom aus einer DNA Doppelhelix, kann dekondensiert sein oder kondensiert. Wir haben von jedem Chromosom zwei Kopien, deshalb ist die Zelle Diploid und in diesem Beispiel hier wäre vielleicht der blaue Chromosomensatz von der Mutter beigesteuert worden und der rote Chromosomensatz wäre väterlicherseits in die Zelle gekommen. Wir sehen auch, wir haben jedes Chromosom in doppelter Ausführung blau gross rot gross vielleicht wäre das Chromosom Nummer eins wir haben also ein Pärchen zweimal Chromosom Nummer eins ein blaues und ein rotes und das nennt man ein homologes Chromosomen Paar Die Zelle sei diploid haben wir hier gesagt weil eben zwei Chromosomensätze vorliegen Wir kennen den Ablauf der Mejose noch nicht im Detail an der Stelle wollen wir so weit vorgreifen und sagen die Mejose besteht aus zwei hintereinander folgenden Zellteilungen deshalb steht hier erste meiotische Teilung und zweite meiotische Teilung wir haben also zwei Zellteilungen hintereinander die Details wie gesagt kommen nächste Woche als erstes als Vorbereitung für eine Zellteilung das geschieht immer egal ob Mythose oder Mejose werden die DNA-Doppelhelizes in den Chromosomen drin verdoppelt wir haben die DNA-Replikation die kennen wir schon aus einer früheren Lektion deshalb nach der DNA-Replikation haben jetzt die Chromosomen zwei Chromatiden die sind schon kondensiert deshalb Chromatiden aber wir sehen jedes Chromosom hat jetzt hier zwei DNA-Doppelhelizes das blaue hat zwei und das rote auch während der ersten meiotischen Teilung werden nun die Chromatiden die Schwesterchromatiden nicht getrennt voneinander sondern was geschieht ist die beiden homologen Chromosomen in dem Falle die beiden grossen hier die werden auf die entstehenden Tochterzellen verteilt dasselbe gilt für das kleine Chromosomen Paar hier das blaue geht nach links und das rote geht nach rechts was geschieht während der ersten meiotischen Teilung betrachten wir nochmals die Ausgangssituation und dann das Produkt bei der Ausgangssituation diploide Zelle haben wir von jedem Chromosom zwei Kopien von grossen und von kleinen nach dieser ersten meiotischen Teilung liegen nun pro Zelle nur noch ein grosses und ein kleines Chromosom vor die haben zwar noch zwei Chromatiden aber von jedem Chromosom ist nur ein Exemplar in der Zelle enthalten und deshalb haben wir durch diesen Verteilmechanismus eine Reduktion von Diploid zu Haploid Das wäre das erste Ziel das es zu erreichen gilt mit der Meiose Die beiden weiteren Ziele sind kombiniert das wäre die Intra und Inter Chromosomale Rekombination Wir haben die Intra Chromosomale Rekombination hier auf Seite 45 dargestellt Intra Chromosomale Rekombination bedeutet folgendes wenn wir uns wieder die homologen Chromosomen Paare denken Blau wäre zum Beispiel von der Mutter beigesteuert worden und rot vom Vater Dann geschieht während der ersten meiotischen Teilung etwas Interessantes Die beiden homologen Chromosomen legen sich nebeneinander und tauschen jetzt Stücke von ihren Armen aus Da wird also beim blauen und beim roten wird jeweils an genau der gleichen Stelle durchgeschnitten Das muss extrem exakt sein Das muss auf die Base genau auf das Basenpaar genau exakt sein An beiden Stellen wird an derselben Lokalität geschnitten und übers Kreuz wieder verbunden so dass wir dann Stücke die ursprünglich beim roten Chromosom waren jetzt beim blauen haben und umgekehrt Das blaue Stück das sehen wir ist jetzt hier beim roten Chromosom dran gemacht Auf diese Art und Weise wenn das dann weiter geht die zweite meiotische Teilung dann bekommen wir am Schluss Gameten die umgebaute Chromosomen enthalten Dieses Chromosom hier enthält jetzt also Anteile die ursprünglich blau von der Mutter bekommen sind und rot Anteile vom Vater Auf diese Art und Weise werden mit jeder Generation werden die erhaltenen Chromosomen der Eltern neu zusammengesetzt oder sie werden umgebaut das was wir an die eigenen Kinder an Chromosomen vererben das sind nicht exakt eins zu eins Kopien die wir von unseren Eltern erhalten haben bevor wir sie an die nächste Generation weitergeben an unsere Kinder werden sie umgebaut hier durch dieses Crossing Over oder eben Intra Chromosomale Rekombination das wäre Ziel 2a gewesen die letzte Form der Durchmischung das ist die interchromosomale Rekombination und mit der wollen wir dann auch die heutige Lektion beenden wir sehen sie auf Seite 46 was wir bei der interchromosomalen Rekombination anwenden oder was die Zelle anwendet ist folgendes Prinzip wir haben vorhin gesagt weil wir von Diploid zu Haploid gehen werden da die homologen Chromosomen voneinander getrennt hier sind sie noch zusammen deshalb Diploid und dann nach der ersten Zellteilung sind sie getrennt voneinander deshalb Haploid so weit so logisch das ist nicht neu was jetzt neu ist dieser Trenn oder Verteil Mechanismus die Anordnung der homologen Chromosomen Paare die erfolgt zufällig bei dieser Zelle hier sind die beiden blauen auf der linken Seite und gehen deshalb alle in die gleiche Zelle rein und die beiden roten die sind auf der rechten Seite und gehen deshalb auf die rechte Seite in diese Zelle man kann sich aber die Orientierung weil sie eben zufällig ist auch anders vorstellen das wäre eine zweite Möglichkeit da ist der Platz von rot und blau getauscht und entsprechend entstehen dann auch Zellen hier unten dann die Gameten Eizellen Spermien mit jeweils entweder roten oder blauen Chromosomen wir Menschen haben 46 Chromosomen das heisst 23 Paare eigentlich sind es nur 22 weil noch zwei Geschlechtschromosomen dazukommen sagen wir aber der Einfachheitshalber trotzdem 23 Paare und ihr könnt euch vorstellen wenn wir da nicht zwei Pärchen haben sondern 23 in einer Reihe dann gibt es ganz viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten wie man da rot und blau rein zufällig statistisch verteilt anordnen kann und entsprechend viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es dann auch am Schluss bei den resultierenden Gameten das schreiben wir noch hin dann haben wir den Schluss erreicht und machen Feierabend für heute wir bleiben an der Stelle nur noch euch einen ganz schönen Nachmittag zu wünschen eine schöne Woche tschüss zusammen ein bis zum bis zum bis zum Untertitelung des ZDF, 2020